So, hier kann man jetzt sehr schön sehen, wie sich eine von den Raupen in eine Puppe verwandelt. Die ist schon fast ganz grün. So, das letzte bisschen fehlt noch. Die geht quasi aus ihrer alten Hülle raus. Es scheint sehr anstrengend zu sein, wie man sieht. Und gleich fällt das letzte Stückchen dann ab. Ich weiß nicht, ob das sofort passiert. So, man kann jetzt schon sehen, dass im Prinzip dieser vordere Teil der Raupe nicht mehr mit der Puppe verbunden ist. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video jetzt ist abgefallen. Genau, so gut rüberkommt. So, jetzt ist die Puppe im Prinzip fertig. Und die wird jetzt irgendwann aufhören, sich zu bewegen und hängt dann quasi ab. Und dieser obere Teil, mit dem sie sich festgemacht hatte, der ist runtergefallen.